Ich habe gerade etwas Zeit, deshalb können wir Deutsch lernen. Ich habe gerade etwas Zeit, deswegen können wir Deutsch lernen. In diesem Video sprechen wir über die Wörter deshalb, deswegen, daher und darum. Mein Name ist Ben und ich würde sagen, los geht's! Die gute Nachricht zuerst. Die Wörter deshalb, deswegen, daher und darum kannst du identisch verwenden. Es handelt sich um Konjunktionaladverbien, mit denen du Konsekutivsätze bilden kannst. Konjunktionaladverbien verbinden Sätze, Satzteile, Wörter oder Wortgruppen. Wichtig ist, dass du dir eines merkst. Zuerst sprichst du das Konjunktionaladverb. Dann das Verb und dann das Subjekt. Und Konsekutivsätze? Konsekutivsätze beschreiben die Beziehung zwischen einer Ursache, einem Grund und der Folge. Ein Beispiel. Ich bin müde. Deshalb schlafe ich. Ich habe Hunger. Deswegen esse ich. Ich habe Durst. Richtig. Für dein perfektes Deutsch solltest du zwei Dinge wissen. Erstens. Ein Muttersprachler verwendet die Konjunktionaladverbien deswegen, deshalb, daher und darum sehr intuitiv. Daher klingt sehr gehoben und ich verwende es in formellen Situationen. Mit deswegen kannst du einem Satz Nachdruck verleihen. Zweitens. Die Konjunktionaladverbien deswegen, daher, deshalb und darum dürfen auch im Satz stehen. Ich erkläre dir dies an einem Beispiel. Peter steht im Stau, deshalb kommt er zu spät. Oder Peter steht im Stau, er kommt deshalb zu spät. Das war die kurze Lektion für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Dein Ben.